Was geht ab, Exident Crew, immer noch in der Woche. Willkommen zu XX Times um 18 Uhr. Ja gut, was gibt es Neues bei uns? Die Klamotten sind jetzt so langsam alle fertig. Wir haben schon einen Pulli fertig, haben einen Tanktop fertig, ein T-Shirt fertig, Jacken sind jetzt noch in Arbeit. Wie ihr in unseren anderen Videos gesehen habt, das Wochenende lief eigentlich ganz gut, war halt sau anstrengend, aber sonst ganz cool soweit. Was gibt es bei dir Neues? Bei mir? Es hat eben geschneit. Jetzt nicht mehr? Mir ist eigentlich nichts Neues. Doch, es gibt noch was Neues bei uns und zwar das hier. Wir haben nämlich ein neues oder unser erstes, richtiges, wenn wir es durchziehen. Wenn? Wenn? Format und zwar XX Times um 18 Uhr. Ja, da gibt es dann immer so vier Punkte. Einmal, was gibt es Neues bei Daniel? Kannst du das mal schneller erzählen? Die langweilen sich schon. Du langweilst mich? Digga, Alter, komm mir nicht auf die Tor, Alter. Weißt du, da wollen wir nach langer Zeit mal wieder ein Video machen. Geh mir nicht auf die Nüsse, Mann! Meine Fresse, Alter. Schlimm. Geh weg. Ja, tschüss. Scheiß doch alleine, Mann. Ja, wir sind jetzt hier bei den Steve Times. Kannst du mal nicht durchs Bild laufen? Geh raus! Tschüss. Willkommen bei den Steve Times um 18 Uhr. Scheiß nicht. Hättest du gern. Jetzt läuft ja wieder durchs Bild, ne? Da könnt... Hättest du gern. Ja, ich hätte gern einen Fan für mich. Bei 160 Abonnenten. 165. 165 Abonnenten, ja. YouTube sollte uns mal langsam so einen Button schicken, ja. 100 Abonnenten, das reicht. Kann ich den hier so hinmachen? Ja. So. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, wir rufen jemanden aus unserer Truhe an. Ja. Heute ist es wert. Es ist wert. Oh, ein bisschen, Leute. Ein bisschen. Wie ist das? Hallo? Tuba! Ja. Hast du Mittagsschlaf gemacht? Ja. Also bist du doch am Schlafen. Haben wir nicht in zehn Minuten Training? Ja, du hast mich gerade geweckt. Tuba. Hast du aber Glück gehabt. Ja, Tuba, erzähl mal. Was ging bei dir die Woche? Nee, ich hab das ganzen Arbeiten geschrieben. Hast du Arbeiten geschrieben? Ja. Und wie lief das so? Wie bitte? Wie das so lief? Ja, ganz okay. Sie? Tuba. Möchtest du nicht dein Fan? Weißt du, der fragt die wieder, ob ich sie mit zum Training nehmen würde, ja? Das Mädchen ist... Ja, Tuba, ich nehm mich mit zum Training. Okay. Wenn du den Spritzer meinst! Ey, es sieht so aus, komm ich zu spät. Es ist so schlimm, ich komm auch zu spät, ja? Was ging bei dir die Woche? Du musst auch irgendwas zu erzählen haben. Was gibt's denn so Neues bei dir? Dein iPhone funktioniert wieder. Mein Handy, ja. Ich weiß mehr, was bei dir ging, als du selbst. Guck mal. Guck mal, ich geh nach Hause, ne? Mein Handy verabschiedein. Oh Gott. Kannst du mal reden, wie ein normaler Mensch? Ich geh zuerst nochmal. Ich mach so, geh, ich seh... Werd mal wach. Okay. Okay, warte. Okay, ich bin schon mal gekommen. Guck mal, ich geh nach Hause, ne? Hm. Schwör? Ich schwör. Krass hin. Und dann... Und ich warte mir jetzt, dass mein Handy, ne? Das nicht mehr ging, so tot, ne? Mhm. Und dann ich so, nein, kann nicht sein. Und dann so, ja, doch, so, ne? Und dann hab ich alles so geglaubt. Und dann kam mir nach zehn Minuten mein Handy wieder an. Und dann hab ich mir so... Jaaa... Ja. Super Story. Party Story! Party Story! Party Story! Ja! 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 Tuba, ich komm dich nachher abholen, ne? Okay, musst du aber sagen, Mann. Ja! 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 Sag mal unseren 165 Abonnenten tschö! 165 Abonnenten tschö! Wir sehen uns dann gleich beim Training. Okay, tschö! Na rein! Hallo, tschö! Ich würd sagen, weil jetzt ist der Punkt angekommen, äh... Die Weisheit der Crew, ja? Eine Weisheit von uns, ha? Die Weisheit ist, dein Döner macht dich schöner. Nein! Nein? Nein, Mann. Das war anders. Das war... Ah, ich muss improvisieren. Der flüchtige Schaf frisst nicht immer den ganzen Döner. Also, Leute. Ihr habt verstanden? Denkt immer dran, wenn ihr in der Dönergude seid. Der flüchtige Schaf frisst nicht immer den ganzen Döner. Ganz genau. So. Was haben wir jetzt für ne Zeit? Jetzt haben wir... Challenge Time! Gertig? Dann los. Hälfter Zeitraum. 3... 4... 4... 3... 2... 4... 4... 1... 1... Achtung! Fertig! Los geht´s! Oh Scheiße. Halten. Meine Katze. Ey, was denn? 20 Sekunden hast du schon. Komm, 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 wieder hoch. Und noch 3, 2, 1. Stopp. Zeig mal deine Katze. Also, vorbei. Ich kann meinen besser als deine. Ah, wunderschöne Katze. Leck mich am Arsch, Alter. Also, wie ihr seht, Daniel ist komplett fertig von der Challenge. Was hat ihm all seine Kraft geraubt? Ich würde sagen, unsere 165 Abonnenten, ja. Inge ich jetzt mal ins Zeug. Und ihr dürft ihnen die Kommentare, das ist ja schon mit 165 Abonnenten. Das wären theoretisch 165 Kommentare. Rein theoretisch. Entscheidet ihr, wer das schönere Bild gemalt hat. Und ansonsten? Dann sehen wir uns im nächsten Video. Zu XX Time. Ja. Auch mal erzählen. Fackst mich wieder ab, Alter. Geh mir nicht auf Nerv und lass mich die Kamera ausmachen. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.